Ja, welcome back. Hier sind wir wieder bei Battlefield. Bad Company 2 in der zweiten Mission und mein Gott, sieht nicht nach seinem Alter aus, das Spiel. Gut, ich habe jetzt alles auf dem Maximum, was irgendwie geht und es läuft auf 60 Frames, ey. Muss man ja mal, also, ne? Finde ich okay. So, ich muss hier hinterher, den Jungs. Ja, ich weiß, ihr seid schon da, geht mir doch mal auf den Sack. So, wir müssen die Welt für Russland retten. Das ist auch irgendwie immer das gleiche, Mensch. Hier können sich auch nichts Neues einverlassen. So, was machen wir jetzt hier? Und wo kommt die? So, welchen nehme ich? 3, 2, 1. Geh ihn runter. Tango ist runter. Er war fast. Ich habe natürlich genau den falschen genommen. Haben die eine geilere Waffe? Ähm, naja, ne, wir lassen mal unsere... Ey, ich brauche keine Shotgun. Ich brauche jetzt, dass wir uns in die Position haben. Position, oh Mann. Ah, das sieht ein Häuser-Kampf aus. Das kann ja nur schlecht werden. Okay. Jungs, wo seid ihr? Wird hier drin, nix. Jungs. Achso, ihr seid schon da. Ey, hier rennt aber auch vor. Oh, hier ist aber kalt. Hier ist aber kalt, ey. Oh, shit. Das ist unser Agent. Oh, dem geht's nicht so gut. Achso, das ist Bravo 2. Ich habe einen Augenblick auf die Vehikel und mögliche HPT-Subjekte. Copy, das auch. Oh, shit. Oh, fucking... Achangel, requesting kill on Subjekte ASAP. Sarge? Achangel, er ist mobile. Bravo 2 Actual, hold your fire. Hold your fire. Okay, warum haben wir den jetzt gehen lassen? Weiß auch keiner. Das bin übrigens ich. Der da gerade sich aufgerichtet. Okay. Okay, wir haben diese Situation uns selbst. Wouldn't need to, if we took the shot. Just move. Okay, Bravo 2, you are weapons free. Assault through to the target vehicle. Ui, die kommen auch Granaten. So, wie komme ich wieder in den normalen Modus? Hier durch, ne? Wo sind sie denn, die Russkis? Nicht, dass ich was gegen Russen hätte, aber... Gerade im Moment habe ich keine Wahl. Ist das ein Guter? Ist das kein Guter? Alter, was ist hier los? Keine Ahnung, wer jetzt hier der Gute ist und wer gegen mich ist. Der ist nur noch gerade ordentlich rumzuwahl. Und ich effektiv eigentlich mal gar nicht schieße. Sondern nur meine KI, Freunde. Komm schon. Mensch. Na geht doch. So ruhig plötzlich. Okay, irgendwo ist noch einer. Da zum Beispiel. RPG in the window. Ist das RPG in the window? Welche window? Welches window, man? Aua. Was soll ich denn wissen, welches Fenster, Junge? Alter. Are you fucking crazy? Daumen. Alter. Alter, meine... Meine Deckung, ey. Fuck, meine Deckung ist weg. Tja, bis gerade eben hatte ich noch Deckung. Jetzt habe ich nix. Hatte ich auch nicht vor, Mann. Ich hätte nur gerne ein bisschen Deckung. Alter, da ist noch einer. Wo denn? Alter, ich bin schon tot. Ja, man merkt aber, dass ich auch schwer spiele. Definitiv, ey. So schwer war das Spiel beim letzten Mal noch nicht. Bravo 2, Sie sind Wälder frei. Assault zu dem Target-Vehikel. Okay. O-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. Okay, but good kill. Ich habe gar nichts getötet. Ich habe keine Ahnung, wo die Gegner sind. Überbau, das ist ja irgendwie hier zu passen. Kann ich das Ding halt nicht in die Luft jagen? Ja, kann ich. Alter, 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 alter. Leute, seid ihr denn Banane, ey? Wollt ihr mich verarschen? Fuck, ey. Ist das übertrieben? Ist das übertrieben, ey? Ich schieße den da schon wieder. Au! Alter, weg! Was? Tot? Willst du mich verarschen? Ich kann jetzt nicht sterben. Von! Weil oben unterm Dach wird explodiert. Na ja, gut. Ich wäre dann wahrscheinlich auch im echten Leben tot. Muss ich jetzt mal... Das ist doch schwerer als erwartet, ey. Ei, ei, ei. Boom! Boom! Hit those targets! Go! Bravo 2, enemy flares up. Expect reinforcements. Back me up over here! Get it! Was ist das? Was ist das? Aua! Alter, wo ist der denn? Wo ist der denn? Wo komm ich hier nicht rein, Mann? Ich hätte gerne da mal einen Eingang. So, nehmen wir den mal. Ich seh nix, ey. Ich seh gar nix, Alter. Ich seh gar nix. Gar nichts und niemanden. Ahem. So. Das Problem war auch gelöst. In dem Haus, da sollte man nicht bleiben, haben wir davon gelernt. Jetzt habe ich es dreimal da versucht. Dreimal, ne. Zweimal bin ich da gestorben. Er ist down, ne? Ja. Bin ich hier rein? Wahrscheinlich auch nicht. Nein. Fuck. Oh, die RPG haben wir schon mal. Aua. Das war einer von uns, ne? Das war doch einer von uns, oder? Hoffe ich. Habe ich mir! Warte! Geh mir! Geh nicht vor! Was ist das? Stille bei dir! Ich bin ja in uns! Alter! Ayi aai aai aai! Eieieiei. Meine Fresse, ey. Die Position ist gut, ey. Da ist noch einer. Meine Mini-Map sagt mir, da ist noch einer. Da war er. Jetzt waren es alle. Richtig? Nein, doch nicht. Alter, schießen müsste man können. Zeig dein Köpfchen. Das ist es. Geh auf. Meine Fresse, ey. Geht aber auch ab, das Game. Oh, da kommen direkt die Nächsten. Ruhe ist hier auch keine. Sichere den Hof. Oh, schneller Hof. Fuck, Choppers. Geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Das Problem ist, wenn die wollen, jagen die einfach mal das komplette Haus in die Luft. Weil man in dem Spiel halt alles zerlegen kann. Weil man in dem Spiel halt alles zerlegen kann. Auch schon mal so eine Hauswand. gut. So, du bist ruhig. Nein. Fuck. Fuck. Fuck, schon wieder eine. Ich seh nix, ey. Fuck. Das war dumm. Fuck. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Oh, doch nicht. Glück gehabt. Boah, wie viele Granaten haben die denn noch? Alter Junge, ey. Alter Junge, ey. Komm, komm wieder hoch. Komm Junge. Alter, da fliegt alles in die Luft, ey. Alter. Fuck, ey. Wie viele sind da noch? Nicht so viele eigentlich. Komm schon. Ich hab sie fast, ey. Boah, wie der wusste, dass ich da bin. Okay, da sind noch da links irgendwo welche. Waren das alle? Boah, das waren alle. Alter. What? Willst du mich verarschen? Ich höre nix mehr. Waren das noch mal. Wie ist denn noch? Wie ist denn noch da? Waren das hier? Waren das? Wenn... Waren die. Waren die. Waren die. Waren. Waren. Oh, ne. Alter, das war eine schlechte Position. Ohne Scheiß. Boah, ist das krank, ey. Ist das ein kranker Scheiß hier. Oh, boah. Leute, ey. Das macht mich fertig, das Game. Das Game macht mich fertig. So, äh, ja. Die Folge ist schon wieder um. Ich werde die wahrscheinlich... Ja, wir machen die mal auf 15 Minuten. Dann werden wir uns in der nächsten Folge sehen. Und dann werde ich hoffentlich den Panzer erlegen. Mit meinem Feldstecher. Aber, na, ob mir das gelingt. Ich bin gespannt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.